ich bin einfach der der engel auf erden ich bin ja so ein engel guck mal sehe ich nicht putzig aus ich hab die ich hab die ich habe die arena war nicht sonst hätte ich jetzt mein blutiges outfit anziehen welcher schon mal die vorlage hitman haben sie irgendwie vergessen wie man fährt zu viel gesoffen wir haben schon den halloween-punsch den wir ah ja ja ein bisschen früh oder es dauern nur weil er ein bisschen monstober wird erst am 1. komm auf die bloße e-sache auf die will ich filme monstober und ich will auch monstober Sachen hochladen muss man mal anfangen dafür mal die habe auch die spiele installiert passen spiel mörder mystery erika und habe dann werde ich jetzt mal eine klatsche machen da war gerade ein easter egg von gta white city habt ihr das gesehen das ist der der fahrrad zu schnell mehrfach mal zurück aber zurück weiter 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 stopp langsam stopp rück stopp seht ihr die diese schwarz-weiße frau hier ja ja die da oben ja die da oben die ja da muss ja die das ist die frau die auf dem cover von white city drauf ist das ist die frau geil das ist ein easter egg da haben wir gerade ein easter egg gefunden oh gleich aber woxer games baut immer easter eggs ein es gibt sogar auf dollarscheinen gibt es sogar die frau von gta san andreas es gibt es auch hier tatsächlich kleiner fun fact am rande für euch beiden ja das easter egg gerade äh haben die dann ja hier auch schon welche für fakten gibt es für gta 6 oder dafür gibt es auch viele easter eggs eigentlich und geheime botschaften zu gta 6 doch doch ich höh auch bei schlau bei bei aber wo genau die jetzt hier verstreuzt sind bei am strand weiß ich wo es ist von gta 6 am strand du willst du nur auf den strand und bei den schwinwen auf den arsch zu platzen ich will das auch die machen ich will das nicht gut los mit allem machen ja das stimmt was hast du das ich will das auch die machen mit der dame dummfüße du schütze du schütze jo du schütze jo ja und was noch? zocken oder was? nee ich fahr kurz hier um mir eine kratze zu machen das wäre noch was ey jetzt haben wir noch mal mal also jetzt habe ich mich immer für eine neue idee gebracht einmal dazu einmal als stürmer und einmal als torwart mal gucken wie ich dachte ich mich ja ich habe immer schon die bälle haltet wörter jubb 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 hinter mir wages tisch nischchen ach ja ching chung chung ching chinesen kapotten ich glaube ich bin dafür auch alle haben bauten rünnen und die wände den löser weil jetzt im kassi Ach, soll man ne Runde zocken oder was wollen wir machen? Wenn man... wenn Oli Fappen will? Ja, keine Ahnung, was wir machen. Ich hab ja... Ich hab ja eben... Ich hab ja eben gefragt, was wir machen, aber wenn nichts gesagt wird. Shit, ich muss ja nicht schlafen, denn ich muss mal arbeiten. Scheiße, wir haben... Ich hab verspät... Harald, komm! Komm, lass uns doch ne Runde zocken. Ich muss morgen auch wieder früher arbeiten. Ja, komm, mach mal. Ich hab... auf was... hab ich Lust. Ich hab Lust auf den Chat-Pod. Mal zu knacken. Wir machen aber keinen Automat, Harald. Wir gehen zum Blackjack. Ja, Blackjack! Wieder mal ne Scheine verzocken. Und zwar aber dort, in diesen Raum, wo's richtig teuer ist, Harald. Weil nur da gehst du recht. Ja, dann machen wir's halt so. Du, wir können doch zu mir ins Penthouse. Ich hab ja einen Blackjack-Tisch. Und ich hab auch einen. Ich hab auch einen... Oh, da... da ist Hitman. Hitman ist ja! Gereist deswegen meine Herrschaft! Das war der falsche Arm. Weil's ja immer schon recht ist. Äh, geht nicht. Mein rechtes Arm ist kaputt. Hau! Schau was mitmachen! So, mir ist halt egal welches Penthouse. Meins oder seins? Äh, wir gehen in der 1. Okay. In deutschland. Mit der Hoffnung, dass dann eine geile Ische, äh, als Dealerin ist. Natürlich. Ja. Ich geh nur noch jetzt... Ich geh doch schnell ein stimmiges... Rumpfen an. Dann denkt er schon zu dir auch. Äh, Alex, du kannst bei mir übers Telefon auch Jetons erwerben. Ah, okay. Also du weißt ja, wo das Telefon ist. Natürlich, aber ich hab grad noch... ... grad für dich geholt. Tja, da... Dann werden sie weiß was machen. Waren hat eingeladen. Jetzt hat er ja gekommen. Hatte weil er gedauert, Tim. Wie du bist gekommen? Nein, die Isle hat hatte weil er nicht gedauert. Sofort siehst du die jetzt nach einer Hose an. Und nach einem Schlüpper. Die Isle hat aber nicht gebraucht, bis sie gekommen ist. Ja, du sagst ganz leise. Du hast im Gegensatz zu Alex, hast du nen Tanga an. So, du hast mit dem Jetong zugegeben. So, ich hab auch mit mal 680.000. Jawoll. Das sieht lustig aus. Die Elber-Toto-Friesen mit meinem Toward-Outfit. Nur die Friesen mit meinem Toward-Outfit hat mir grad die Idee gebracht. Du bist doch so ein Vogel. Hallo, ich bin gerade als Toward rumlaufen. Ich bin ein Toward mit einem Ferteschwanz. Hallo Sir, welcome. Hallo Sir, welcome. Hallo Sir, welcome. It's time for bets, please. So, dann warten, oder? Nice to have you joining us, Sir. Oder wollen wir schon mal ein Ründchen machen? Nein, ich bin mit Toward-Handschuhen. Ey, die Toward-Handschuhe. Die Toward-Handschuhe. Das wäre doch was. Wir haben aber keine Ischer am Start. Wir haben so einen komischen Typen. Oh, ich bin ein Star. Wunderbar. Von welcher Marke sind denn die Toward-Handschuhe? Von XY, ne? Du weißt, wie Blackjack geht? Du weißt, wie Blackjack geht? Ich weiß es. Ich weiß es. Aber was ich toll werde, mal ein komplettes Video machen, wo wir nur, also ich muss immer sehr viel die Toward noch farmen. Und dann machen wir, und dann den wir an den zweiten Spielern nehmen, oder den an die Flottmaschine. Oh. Ah. Lass denn zu lang auf dich warten. Komm her. Ah, jetzt los ist. Ah, jetzt ist es. Oder wolltest du gucken, ob Spongebob noch läuft? Ja. Ah, komm mal, das ist bloß eins. Kann schon mal mal vorkommen. Also, was setzt du denn? Also, ich setz meine 10.000. Ich mach wieder... Oh, Fleckschen ist wieder da. Musst du, warum nur Fleckschen? Ich dachte, er will Hitman bleiben. Nee. Toll, guck mal hier. Ich setz mit meinen Scheinchen. Ich setz mit deinen Scheinchen. Ich setz mit deinen Scheinchen. Ich setz mit den Händen auf die Händen auf die Spitzch. Ich setz mit deinen Scheinchen, bei denen er als Hitman rumlaufen würde. Das ist kein Händen. Wir haben alle schon von zehn. Das ist doch geil. Glaube jetzt als Hitman. Jetzt hab ich Lust euch auf die Händen auf die Händen. HIP MAN. Ah, boll es ist wie so viel... Nee. Ich habe so viele Spiele, wenn ich jetzt Hitman wieder herunterladen will, dann muss ich ja mal ein Spiel lösen. Ich habe gewonnen. Noch mit meinem Scheinchen legen. Kein Bot mehr. Ich habe meine Mitte vergessen aufzusetzen. Dann bin ich kurz falsch eingeschlafen. Was? Ja, sind sie. Mach. Komm, Flexchen. Alter. Ich nenne dir so gerne Flexchen, wenn er die Pullover anhat. Aber er verpisst dich auch, oder wie? Ja, ich muss mal nacharbeiten. Ey, ich habe gedacht, wir spielen da runter. Ja, ich muss mal nacharbeiten. Glaubst du, ich nicht glaubst du, ich habe einen Framework? Hallo, ich muss um 6.30 Uhr aufstehen, deswegen. Ja, ich muss viel früher aufstehen. Komm, bitte.